Teilt Olle Pocher bei Grill den Henssler gegen Amira aus? Diese Spitzen kann sich Oliver Pocher, 45, wohl nicht verkraften. Im August gaben der Komiker und seine Frau Amira, 31, bekannt, dass sie sich nach knapp vier Ehejahren getrennt haben. Schon vorher hatten die beiden ihre Ehekrise offen kommuniziert. Der Comedian stellte zudem immer wieder klar, dass die Trennung definitiv von seiner Ex ausging. Jetzt ist Olli bei Grill den Henssler zu sehen und haut die ein oder andere auffällige Bemerkung raus. Die heutige Special-Folge der Kochshow mit Olli wurde schon im März aufgezeichnet. Deswegen trägt er auch noch seinen Ehering, doch gut scheint es schon damals nicht zu laufen. Als Moderatorin Laura Wontora, 34, fragt, ob es ein Vorteil für ihn sei, ohne Amira da zu sein, stellt Olli klar, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für sie. Später beschwert er sich bei Mirja Bös, 52, über ihren rauen Umgangston, schrei mich nicht so an. Wirklich? Da hätte ich ja auch zu Hause arbeiten können. Doch das war noch längst nicht alles. Als Laura zu Olli meint, dass er ja auf Doppelungen erfahre, weil er ja Vater von Zwillingen ist, kann seine Antwort wieder in Richtung Amira gedeutet werden, die Frauen kommen und gehen, aber der Henssler bleibt. Auf Wiedersehen! Vielen Dank.